Orsi auf Tournee. Ich freue mich unglaublich auf diese Konzerte, die wir jetzt haben werden, mit einem wirklich ausgesprochen großartigen Programm, einer großartigen Szene. Und wir werden dabei sehr berühmte Lieblinge der Klassikwelt präsentieren, aber auf eine Art und Weise, wie man es nicht gewohnt ist und wie man diese Stücke auch wahrscheinlich noch nicht gehört hat. Einmal die fünfte Sinfonie von Tchaikovsky, die wir in dieser gerade jetzt erst neu entdeckten Version seine endgültige, Tchaikovskys endgültige Version präsentieren werden, in einer ganz anderen Gestalt, einem anderen Klang. Wir haben uns sehr intensiv damit beschäftigt. Aber auch Anna Winitzkay, seine Expertin auf dem Gebiet Rachmaninoff und ihre Interpretation von den Konzerten ist auch etwas ganz, ganz Besonderes, was unglaublich nahe an dem Willen und den Vorstellungen des Komponisten dran ist. Also insofern wird das sicherlich ein spezielles Ereignis. Wir haben großartige Säle vor uns, die wir alle sehr gut kennen. Und endlich ist wieder die Zeit gekommen, dort aufzutreten. Also das dürfen Sie auf gar keinen Fall sich entgehen lassen.